15. Als Leila am nächsten Abend erwachte, tastete sie sofort nach ihren Kindern. Doch es gab keinen Grund zur Sorge. Ramp und Lyric lagen wohlbehalten neben ihr auf dem Schlaflager in der Eremitage der Jungfrau der Schrift. Ihre entzückenden Äuglein waren geschlossen. Ihre tiefe Atmung und die konzentrierten Gesichter zeugten davon, wie viel Kraft es sie kostete, groß und stark zu werden. Leila rollte sich auf den Rücken. Sie hatte das Gefühl, dass unten auf der Erde die Nacht anbrach. So war es immer. Der Wechsel von Tag zu Nacht und von einer Jahreszeit zur nächsten hallte im Heiligtum wieder. Sie stand vorsichtig auf, um die Kinder nicht zu wecken, und betrachtete ihre süßen Gesichter. Sie hatten in dieser Abgeschiedenheit eine wunderschöne Zeit miteinander verbracht. Und Leila hatte jeden Moment davon genossen und in ihrem Herzen aufgehoben. Jede Berührung, jedes Lächeln, jedes Kuscheln und Schmusen. Wie sollte sie die beiden später wieder hergeben? Leila graute vor der Trennung. Sie würde die Wunden, die in den stillen, zärtlichen Stunden geheilt waren, wieder aufreißen. Bevor ihr die Tränen kamen, wandte sie sich ab und tappte über den weißen Marmorboden. Es erschien ihr noch immer grotesk, dass sie in den Privatgemächern der Jungfrau der Schrift geschlafen hatte. Aber so betrachtet, hätte sie sich auch nicht vorstellen können, dass die Mutter der Vampire eines Nachts nicht mehr da sein würde. Oder dass Quinn und sie die Kinder eines Tages nur noch abwechselnd nach einem Besuchsplan sahen. Doch das Leben war immer wieder für Überraschungen gut. Und manchmal musste man sich einfach beugen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Außerdem waren die Gemächer sehr bequem gewesen. Das Bett war weich, die weißen Marmorböden, Wände und Schränke hatten etwas Beruhigendes. Der... Leila runzelte die Stirn. Ihr gegenüber stand eine Schranktür einen Spalt breit offen. Merkwürdig. Die Marmortüren mit ihren unauffälligen Griffen waren alle geschlossen gewesen, als sie zum Schlafen hergekommen war. Mit einem mulmigen Gefühl ging sie darauf zu. Dabei war kaum zu erwarten, dass sich die Jungfrau der Schrift darin versteckte oder dergleichen. Gespannt umfasste sie den Griff. Und zog. Oh je. Zebramuster-Leggings. Eine schwarze Lederjacke. Stiefel. Riesengroß und klobig. Eine pinke Federboa. Bluejeans. Schwarze und weiße T-Shirts. Ich wollte dich und deine Kinder nicht wecken, auserwählte. Leila wirbelte rum und schlug sich die Hand vor den Mund, um nicht zu schreien und die Kinder aus dem Schlaf zu reißen. Als sie sah, wer hinter ihr stand, ließ sie den Arm wieder senken. Erst verstand sie nicht. Dann kam ihr ein schrecklicher Gedanke. Das konnte doch nicht wahr sein. Lasseter, der gefallene Engel, kam lächelnd auf sie zu. Sein blond-schwarzes Haar fiel ihm wallend bis zu den Hüften und seine goldenen Piercings und Ketten ließen ihn erstrahlen. Aber vielleicht leuchtete er auch aus einem anderen Grund. Die Hinweise verdichteten sich mehr und mehr, und Leila musste sich räuspern. Bist du... Ist sie... Hat sie... Was ist... Ich weiß, warum du stammelst, sagte Lasseter. Vor Freude verschlägt es dir die Sprache. Leila schüttelte den Kopf. Dann nickte sie hastig, um ihn nicht zu beleidigen. Es ist nur... Ich meine... Du? Ja, ich. Die Jungfrau der Schrift hat mich erkoren. Mich? 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 Lasseter hüpfte herum wie ein Sechsjähriger mit Lutscher und Steppschuhn. Doch dann riss er sich am Riemen, wurde ernst und sah ihr mahnend in die Augen. Ich hab's noch niemandem gesagt. Und auch du darfst mit niemandem darüber reden. Ich dachte nur, nachdem du hier mit den Kids übernachtest, findest du früher oder später ohnehin raus, dass ich einziehe. Sie blickte alarmiert zum Bett, doch erhob beschwichtigend die Hände. Keine Sorge, ich komm nicht, wenn du hier bist. Ich weiß doch, dass ihr eure Privatsphäre braucht. Und das respektiere ich. Außerdem möchte ich helfen. Du hast viel durchgemacht. Nicht wahr? Lasseters Mitgefühl kam so unerwartet, dass Leila nun doch Tränen in die Augen stiegen. Oh, gütige Jungfrau der Schrift, ich bin so... Sie merkte, dass diese Anrufung nicht mehr zutraf und verstummte. Ähm... Ja, ich bin keine Jungfrau und hasse Schreiben. Du wirst mich anders anreden müssen. Ich hatte an großer erhabener Obermacker gedacht. Aber ich glaube, den Titel gibt's schon bei den Menschen. Verdammt! Ähm... Stammelte sie und wusste vor Schreck kurz nicht, was sie sagen sollte. Dir fällt sicher noch was ein. Auf das Ergebnis war sie schon jetzt gespannt. Aber ich möchte keine Umstände bereiten, was die Räume hier betrifft, sagte sie. Wir können genauso gut in den Schlafseelen. Nein, nein, ich schlaf ja gar nicht hier. Ich habe nur ein paar Klamotten in den Schrank gestopft, um zu sehen, wie es sich anfühlt. Das ist alles. Ich muss mich auch erst an diese Beförderung gewöhnen. Im Moment versuche ich noch rauszufinden, welche Kräfte ich habe. Er beugte sich verschwörerisch auf sie zu. Oder besser gesagt, was ich mir alles erlauben kann. Hey, wusstest du, dass ich es schneien lassen kann? Was? Schnee! Er wackelte mit den Fingern, um fallende Flocken darzustellen. Ich kann tonnenweise Schnee produzieren. Und weißt du, was noch mehr Spaß machen wird? Den Menschen dabei zuzusehen, welche Erklärungen ihre Wissenschaftler für diesen Schneesturm finden. Sie werden über Klimawandel und außergewöhnliche Wettererscheinungen diskutieren. Aber ich musste deinem Süßen doch etwas unter die Arme greifen. Xor, es tut mir leid. Ich verstehe nicht. Lange Geschichte. Aber wie geht es dir? Wie geht's den Kindern? fragte Lasseter im Plauderton. Als wäre sonst nichts los. Vergebt mir. Versuchen wir es mit Exzellenz. Leila blinzelte. In Ordnung. Vergebt mir, euer Exzellenz. Aber wie habt ihr Xor geholfen? Ich musste seine Krieger hier festhalten. Also kam der große Schneesturm. Dann hat er sie gefunden. Wie sich rausstellt, ist das Schicksal harte Arbeit für meinesgleichen. Es ist wirklich mühsam, den Leuten Gelegenheit zu geben, nach ihrem freien Willen zu handeln. Die Welt ist wie ein Schachbrett. Und zwar für jeden Einzelnen da unten, für den ich verantwortlich bin. Also spiele ich hunderttausend Partien auf einmal. Er grinste, dann runzelte er die Stirn. Eigentlich müsste ich, mir sei Dank, sagen. Leila musste lächeln. Ihr werdet sicher viele Veränderungen bringen, euer Exzellenz. Lasseter zuckte zusammen. Nein, das klingt merkwürdig. Versuchen wir es mit Eminenz. Es muss was sein, womit ich mich wohlfühle. In Ordnung, euer Eminenz. Er rollte mit den Schultern, bis es knackte. Nein, das ist es auch nicht. Wir müssen einen Titel finden. Oh, der gefallene Engel. Oder nein, der leitende Vampirbeauftragte fuhr zusammen, als hätte ihm jemand in die Rippen gestoßen. Okay, ich muss weiter. Pass auf dich auf. Du weißt, was du als nächstes tun musst. Tue ich das? Ja, du hast einen Trumpf auf der Hand und du solltest ihn ausspielen. Du weißt schon. Und denk dran. Er legte den Zeigefinger auf die Lippen. Kein Wort. Mein neuer Job bleibt fürs Erste unser kleines Geheimnis. Selbstverständlich. Tschüssi. Damit löste sich Lasseter in Luft auf und hinterließ einen Regen aus schimmernden Funken, kurz bevor Kormia in der offenen Tür erschien. Wie ist es euch dreien ergangen, erkundigte sie sich. Lasseter war also verschwunden, um nicht gesehen zu werden, dachte Leila. Benommen schüttelte sie den Kopf und riss sich zusammen. Oh, ähm, sehr gut. Danke, alles bestens. Kormia ging zu den Kindern. Hallo, ihr Süßen. Na, wacht ihr schon auf? Verstohlen schlich Leila zum Schrank und schloss die Tür, sodass die Zebra-Legends nicht mehr rausguckten. Dann versuchte sie zu lächeln, als wäre nichts gewesen und als wüsste sie nichts von dem, was sie soeben erfahren hatte. Die beiden waren großartig. Natürlich habe ich ihre Schlaf- und Stillzeiten eingehalten. Ich sammle nur noch unseren Müll ein. Dann können wir los. Sie stopfte die benutzten Windeln in die Sporttasche und hängte sie sich über die Schulter. Dann ging sie aufs Bett zu. Korn freut sich sicher schon auf die beiden, fuhr Leila fort. Ich war so glücklich, als ich, wie dem auch sei. Ich bin froh, dass du mir wieder beim Transport hilfst. Danke. Kormias Augen wirkten traurig, doch sie bemühte sich um einen festen, fröhlichen Ton. Das versteht sich doch von selbst. Wen von den beiden willst du nehmen? Ramp, weil ich Lyric auf dem Herweg hatte. Sie schwang sich die Sporttasche auf den Rücken und wandte sich ihrem Sohn zu. Immer abwechselnd. Gerechtigkeit muss sein. Sie schielte zu Kormia hinüber, als diese Lyric hochhob. Sie konnte nicht anders. Nicht, weil sie glaubte, die Auserwählte würde etwas falsch machen. Aber so waren Moms eben. Oder Moms, wie Beth gesagt hatte. Ist hier oben irgendwas vorgefallen? Fragte Kormia, als sie Lyric in die Arme genommen hatte. Gibt's Neuigkeiten? Nein, murmelte Leila. Nichts. Ich hab den Job. Ich hab den Job. Therese redete mit ihrem Spiegelbild, während sie ihre Augen dezent schminkte und ihr Haar mit einem Glätteisen bearbeitete. Sie wollte es nach hinten binden, damit es ihr nicht ins Gesicht fiel und ordentlich aussah. Aber wenn sie es nicht erst etwas bändigte, sah es immer aus, als würde ihr ein Tütü aus dem Hinterkopf wachsen. Schon komisch. Sie hatte immer gedacht, sie hätte das gewählte Haar von ihrer Mom geerbt. Doch das hatte sich als Irrtum rausgestellt. Sie steckte das Glätteisen aus und überprüfte nochmal, ob sie nicht zu viel Foundation und Rouge aufgetragen hatte. Dann nickte sie ihrem Spiegelbild zu. Sieht gut aus. Als sie das Licht ausschalten wollte, huschte eine Kakerlake vor der fleckigen Wanne vorbei. Und sie musste sich zurückhalten, sie nicht tot zu treten. Doch sie trug noch keine Schuhe. Deshalb wäre es wirklich eklig gewesen. Ich kann's kaum erwarten, aus diesem Loch rauszukommen, murmelte sie und ging in den Schlaf- und Wohnbereich mit Kochgelegenheit, was eine äußerst schmeichelhafte Umschreibung der versifften Realität war. Sie schnappte sich ihren Mantel, ihr Handy, ihre Geldbörse und einem Impuls folgend einen Schal. Dann verharrte sie einen Moment an der Tür, senkte den Kopf und bat in einem kurzen Gebet um Beistand der Jungfrau der Schrift. Allerdings nicht für ihren Job oder den Weg dorthin, sondern für das Stück durch den Flur, die Treppe runter und auf die Straße hinaus aus diesem Wohnheim. Eigentlich war es traurig, wenn man sich in einem dunklen Teil der Stadt sicherer fühlte als im eigenen Haus. Aber wenigstens wusste sie, was zu tun war. Seit sie hier vor eineinhalb Wochen mit ihrem Koffer und 700 Dollar in Bar eingezogen war, hatte sie eine feste Prozedur für die Durchquerung des Wohnheims entwickelt. Als erstes legte sie das Ohr an die Tür und lauschte mit geschlossenen Augen auf Geräusche aus dem Flur. Nichts Ungewöhnliches, so schien es ihr. Nur das übliche Geschrei, laute Musik und gedämpftes Klopfen. Okay, auf zu Schritt zwei. Sie löste die Kette, entsperrte den Panzerriegel an der Tür und öffnete das Schloss. Dann schlüpfte sie in den Flur und schloss schnell hinter sich ab. Es war schwer zu sagen, was gefährlicher war. Wenn sie durch den Flur lief oder wenn man sie zurück in ihr Zimmer drängte. Natürlich war sie als Vampirin stärker als die meisten Menschen. Aber was, wenn eine Pistole im Spiel war? Ein Mann mit einem Messer konnte sie vermutlich überwältigen. Aber eine Kugel? Mieses Timing. Als hätte er auf sie gewartet, kam das Ekel von gegenüber im selben Moment zur Tür raus wie sie. Im Gegensatz zu ihr war er allerdings viel gelassener dabei. Er nahm sich alle Zeit der Welt. Denn erstens war er vermutlich vollkommen high. Und zweitens hatte sie nach den wenigen Begegnungen mit ihm den Eindruck, dass er der Chef in diesem Laden war. Jedenfalls hatte er sie immer angesehen, als wollte er sie im nächsten Moment vernaschen. Widerling! Sie stehlte sich für irgendeine dämliche Bemerkung und... »Oh, shit!«, murmelte er, als er sie sah. Hastig drehte er sich um und fummelte an seinem Türknauf, als wolle er zurück in sein Zimmer. Therese sah rechts und links den Flur hinunter. Niemand war zu sehen. Vielleicht hatte er Wahnvorstellungen? Sie würde sich jedenfalls nicht erkundigen, wie es ihm ging. Oder etwas dagegen einwenden, dass er sie offensichtlich plötzlich meiden wollte. Schnellen Schrittes ging sie durch den Flur und die Treppe runter. Eigentlich hätte sie sich dematerialisieren sollen. Aber die Fenster in diesem Gebäude waren aus Drahtglas und keines davon ließ sich öffnen. Obwohl es unwahrscheinlich war, dass auch die Beton- und Ziegelwände verstärkt waren, wollte sie das Risiko nicht eingehen. Schließlich kannte sie die Horrorgeschichten von Vampiren, die sich unvorsichtigerweise durch die falsche Wand dematerialisiert hatten. Nachdem sie auf sich allein gestellt war, konnte sie sich so ein Wagnis nicht leisten. Therese war auf halbem Weg ins Erdgeschoss und bog um die Ecke, als ihr zwei Männer auf der Treppe entgegenkamen. Sie kannte sie aus der Lobby. Reflexartig senkte sie den Blick und steckte die Hände in die Taschen, um ihre Börse an den Körper zu drücken. Doch die beiden wichen zurück und stießen gegeneinander, bevor sie sich flach an die Wand drückten, um sie vorbeizulassen. Als ihr am Hauseingang noch mal was Ähnliches passierte und ihr ein Mensch, den sie vom Sehen kannte, demonstrativ aus dem Weg ging, überlegte sie, ob sie vielleicht eine ansteckende Krankheit hatte, die nur die andere Spezies wittern konnte. Oder Verdammt! Vielleicht hatten sie auch rausgefunden, dass sie eine Vampirin war. Sie wusste zwar nicht, wie sie sich verraten hatte, aber warum sollten diese Typen sie sonst behandeln, wie eine Stangedynamit mit brennender Zündschnur? Zwar hatten hier bestimmt alle irgendwelche Drogen eingeschmissen, aber eine kollektive Paranoia vor dunkelhaarigen Frauen war unwahrscheinlich. Andererseits, warum sich den Kopf zerbrechen, solange sie dadurch in Sicherheit war? Es sei denn natürlich, ihre Zugehörigkeit zu einer anderen Spezies flog auf. Dann hätte sie ein echtes Problem. Aber wer würde diesen Leuten glauben? Drogensüchtige bildeten sich schließlich alles Mögliche ein. Oder Draußen musste sie einen Moment stehen bleiben. Okay. Wow. Schnee. Alles voller Schnee. Es war mindestens ein Meter Neuschnee gefallen. Und der Sturm, der sie bis tief in den Tag wachgehalten hatte, hatte ihn zur Verwehung aufgetürnt. Es überraschte sie nicht, dass vor dem Eingang nicht geräumt war. Aber es nervte, weil ihre Sneakers zwar wasserdicht und bequem waren, aber nur bis zu den Knöcheln reichten. Wahrscheinlich musste sie ihren ersten Abend mit nassen Socken bestreiten. Auch auf dem Gehweg hatte niemand geschippt. Theresa sah sich um und fragte sich, ob sie sich einfach in aller Öffentlichkeit dematerialisieren sollte. Aber das war ihr dann doch zu riskant. Die Sonne war zwar weg, doch die Stadt verstrahlte ihr diffuses Licht, das vom weißen Schnee reflektiert wurde. Hier konnte man sie jederzeit sehen. Daher musste sie sich einen abgeschiedenen Ort suchen. Sie mummelte sich in ihren Mantel ein und ging zwei Straßen weiter. Ihre Ohren brannten vor Kälte. Wenigstens war ihr Hals warm und ihre Hände steckten in den tiefen, gefütterten Taschen. Sie bog links in eine Gasse, die dunkler als die Straße war, schloss die Augen und dematerialisierte sich auf den Parkplatz hinter Sells Restaurant. Als sie wieder Gestalt annahm, bogen gerade zwei Wagen von der Straße ab und parkten neben dem Hintereingang. Drei Menschen stiegen aus. Ein Mann und zwei Frauen. Sie unterhielten sich kaum auf ihrem eiligen Weg zum Eingang. Als wären sie entweder spät dran oder wollten schnell ins Warme. Vielleicht auch beides. Duries folgte ihrem Beispiel und erreichte die schwere Tür, bevor sie ins Schloss fiel. Dann stapfte sie ein paar Mal auf der Gummimatte auf und klopfte den Schnee von den Schuhen. Hallo, sagte eine Stimme. Therese sah auf und stand vor einem überraschend attraktiven Menschen. Er hatte dunkelblondes Haar, blitzblaue Augen und ein echt kantiges Kinn. Bist du die Neue? fragte er. Ja. Er streckte ihr eine große Hand entgegen. Ich bin Emil. Therese. Très. Du hast einen Akzent. Genau wie ich. Aber nicht französisch. Sie lächelte. Nein, ich komme nicht aus Frankreich. Gab es da nicht eine alte Saturday-Night-Live-Parodie, die ganz ähnlich ging? fragte sie sich. Vielleicht war sie eine Vampirin und er ein Alien. Komm, wir gehen in den Mitarbeiterraum. Er wies ihr den Weg voraus. Ja? Sie nickte und folgte ihm, wobei sie den Schal abnahm und den Mantel aufknöpfte. Ich habe früher schon mal bedient, aber ich bin trotzdem nervös. Hat dich Enzo eingestellt? Der Restaurantleiter? Er ist ein guter Chef. Sehr nett. Bei ihm hast du eine faire Chance. Ich habe eine Speisekarte mitgenommen und mir über den Tag die Gerichte eingeprägt. Von der Küche ging ein Raum mit Schließfächern ab, in dem die Angestellten ihre Sachen deponieren konnten. Theresa sah sich zwischen den Menschen um, die sich dort umzogen. Sie waren alle Anfang bis Mitte 20 und verdienten sich vermutlich ihr erstes Geld, um auf eigenen Beinen zu stehen und nicht mehr von ihren Familien abhängig zu sein. Also genau wie sie. Ein paar von ihnen warfen ihr einen Blick zu, aber die meisten waren damit beschäftigt, sich für die Arbeit fertig zu machen. Restaurantleiter Enzo Angelini kam herein und begrüßte sie. Sehr schön. Du bist da, sagte er, bevor er sich an die anderen Mitarbeiter wandte. Alle mal herhören. Das hier ist Therese. Therese, die Namen der anderen wirst du nach und nach lernen. Komm mit, ich brauche noch deine Unterschrift und gebe dir deinen Frack. Es hatte etwas Tröstliches, eine Routine anzunehmen und nach vorgegebener Arbeitsweise zu handeln. Seit sie von zu Hause weggegangen war, gab es keine Vorschriften mehr. Doch die Freiheit war ungewohnt und gab ihr das Gefühl, ohne Landkarte in der Wildnis zu stehen. Der Kellnerjob würde ihr gut tun. Das einzig Blöde war, dass sie noch immer an den Typen von letzter Nacht denken musste. Sie fühlte sich verkatert, ohne getrunken zu haben. Wenn sie an diesen Kuss dachte, pochte ihr Schädel und ihr Magen zog sich zusammen. Er war fest entschlossen gewesen, die Finger von ihr zu lassen. Das war sicher vernünftig. Es war schon komisch, jemanden zu vermissen, den man gar nicht kannte, der eigentlich wildfremd war. Doch sie verspürte ein Ziehen in der Brust, wenn sie daran dachte, dass sie ihn nie mehr wiedersehen würde. Egal. Vermutlich waren irgendwelche Hormone Schuld daran oder ihre Trauer über die Ereignisse in Michigan. Vielleicht färbte diese auf andere Bereiche ihres Lebens ab. Anders konnte sie es sich nicht erklären. Denn warum sollte man jemanden nachheulen, den man gerade mal 20 Minuten gesehen hatte?